Bremen 1, die Chronik. 1. Januar 1994. Heute vor 25 Jahren wurde aus der Deutschen Bundesbahn die Deutsche Bahn AG. Reinhard Badusch. Gefeiert wird neun Tage nach der Eintragung ins Handelsregister. Großer Bahnhof im Bahnhof. Auf Gleis 1 fährt ein, das Unternehmen Zukunft, die Deutsche Bahn AG. Aus zwei Behörden, der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR, ist eine Aktiengesellschaft geworden. Vorstandschef Heinz Dürr dämpft schon vorher die Erwartungen. Also einen Urknall am 2. Januar gibt es natürlich nicht. Der ist bis heute ausgeblieben, jedenfalls bei der Kundenzufriedenheit. Doch in diesen Jahren nach der Wiedervereinigung geht es um mehr. Die Infrastrukturen Ost und West müssen zusammengeführt und saniert werden. Ein Drama, findet Ex-AEG-Manager Heinz Dürr. Die Bahnreform nach innen gleicht der Aufgabe, auf einem brüchigen Brett stehend bei Sturmböen die Karre aus einem Sumpf zu ziehen. Die neue Deutsche Bahn soll überdies deutlich mehr Kunden locken. Nach jahrzehntelangem Schwund durch Pkw und Lkw-Konkurrenz. Dafür hat der Bund das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz beschlossen. Die neue Aktiengesellschaft ist schuldenfrei. Den Nahverkehr finanzieren fortan Bund und Länder. Das Netz sollen zukünftig auch Privatbahnen nutzen dürfen. Pensionslasten übernimmt der Bund in ein Bundeseisenbahnvermögen, ebenso die weitere Besoldung der Beamten. Ihr Anteil beträgt laut Dürr bei der Deutschen Bahn AG im Gründungsjahr. Also von diesen 360.000 sind 130.000 Beamte. Die zu für die neue AG günstigen Konditionen an sie ausgeliehen werden. 30.000 etwa tun noch Dienst im Jahr 2018. Die AG schreibt schwarze Zahlen, sucht nach einem neuen Image jenseits der Amtsstuben. Manche Innovation aber kommt beim Personal nicht gut an. Schauen Sie sich unsere Diensträume hier auf dem Bahnhof mal an. Normalerweise hätte man das Geld, was man für das neue Logo ausgegeben hat, in die Renovierung von Diensträumen für die Angestellten investieren sollen. Und nicht für ein neues Logo, wo das alte doch eigentlich ganz okay war. Die Chefs der AG, Dürr, Ludewig, Medorn und Grube, nähren derweil die Hoffnung auf einen Börsengang des Unternehmens, das zu 100 Prozent dem Bund gehört. Der wurde während der Finanzkrise 2008 abgeblasen. Inzwischen ist die AG auch längst nicht mehr schuldenfrei. Circa 20 Milliarden Euro stehen in den Büchern. Zugausfälle, Unpünktlichkeit, abgesagte Gleise auf der Rheintalstrecke und Projekte wie Stuttgart 21 kratzen am Image. Insgesamt gibt es wenig Grund zum Feiern für die Deutsche Bahn AG, gegründet heute vor 25 Jahren.